Es kommt doch an, wie gut es ist, wie alt es ist. Next to go, Number 345, Dream Alive Hero, Vision 5, Basilica. Hey, ist das Team Weißen, oder? Ja. Bis jetzt hast du keinen vor Bild, ne? Wie meinst du? Ah, du bist hier keiner aus dem Bild gewandt. Nur mal halb. Also halt, die Person ein bisschen abgeschnitten ist das schon. Aber das ist halt so. Ist doch nicht mal schlimm, wenn du mal zwischendrin mal stoppst und dann weitergehst oder so. Wie meinst du? Ja, dass du mal so einen Halt machst mit dem Schwenken. Ach so, das musst du. Zum Beispiel in der Situation, wo sie jetzt gerade war, da musst du von links nach rechts dann wieder ziehen. Was? Achtung! Hund! Ist der Hund? Ist der Hund? Sehr gut, Hund! Ist der jetzt hier hochgekommen, oder was? Ne, der war ganz gut. Ne, der war ganz gut. Ne, ich glaube, ich geh nochmal nach Hause rum mit dem kurzen Hüse, Alter. Meine Beine brennen, ja. Kannst du mir ein T-Shirt mitbringen? Was ist da? Hä? Kannst du mir ein T-Shirt teilen? Ja, soll ich das nach Hause gehen? Ah, ne, ich brauch kein T-Shirt. Ich kann dir mein Hemd aufnehmen. Ich glaub, tagsüber ist scheiße. Lange Hose, wa? Ja, deswegen hab ich mir meine kurze Hose eingepackt. Ich werd auf jeden Fall, jetzt kann ich den Schlüssel haben. Ich geh mir zu Hause, was soll ich mitbringen? Ich brauch nichts. Achtung! Nicht bewegen! Ja, wir bewegen uns nicht. Wie war der Weg gefahren? Warte, jetzt war jetzt immer elf. Das war's jetzt. Das war's? Ja.